Ja, wie ihr seht sind wir hier mit Megadeth und was das hier genau ist, das erzählen euch die Jungs am besten gleich selber. Und dann gibt es eine große Museum, eine Aerospace Museum, und wie Sie sehen, es ist ziemlich gut für Countdown to Extinction. Warum? Fitting? Warum? Ja. Well, Countdown to Extinction, Extinct, Animals, Extinct. All diese Leute sind Extinct. Die meisten von ihnen sind 20 Millionen Jahre alt. Sie sehen ein Dinosaurier. Ja, genau. Es ist weg, man. Aber es war nicht so gut. Also, wie viele Mitglieder unserer Band sind, diese Leute sind von all over den USA. Ist es nicht so, dass die Geld ist, wenn ein Album ist, wenn ein Album ist, oder nicht? Zum Beispiel mit Peace Out, du hast eine Brilliant Album, aber du hast eine Label, die Geld hat. Ja. Ja, Kapitol haben wir in unsere Band ein sehr. Ich meine, wir sind die einzige Band auf Kapitol Records, die ist wie uns. Daher sind nicht ein paar Spinoff Megadeths und ein paar Pseudo-Thrash-Bands. Ich meine, wir sind die einzige Band aus unserer Style. Ich meine, aus unserer Genre von Musik, es sind nur drei oder vier Bands, irgendwie, das haben wir in der Lage zu maintainen. Du hast immer in die Real Band gewonnen, weil du in Hawaii und all das gespielt hast? Ja. Und dann, du warst solo für ein paar Mal. Ja. Das ist einfach, ich habe immer viel Material, ich habe immer viel, was ich wollte, aber all das Zeitpunkt war, ich war immer noch für Bands, dass ich wollte. Ich wollte nicht, ich wollte ein Band, 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 Leute, 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 ich konnte mit auf ein Musiker level spielen. Und das ist wirklich hart zu tun. So in der Meantime, insofern, insofern, ich habe alle Material, die ich geschrieben habe. Und so, es kam aus wie das. Und so, ich habe auch viel Gitarre aus meinem System. Weil, da ist definitiv viel Gitarre auf die Gitarre, auf die Gitarre, das wirklich weird und wirklich strange, das nicht in einem Band-Context. So, es wäre perfekt zu sein, wenn ich auf eine Solo-Rekorde für das, aber in Megadeth es eher eine Herausforderung zu machen, das in der Song zu finden, das in der Scheme von alles, und einfach zu machen. Und das ist das, was ich immer wollte, aber ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, zu machen. Ist das die Grund, warum so viele Gitarre machen Solo-Rekorde, um zu bekommen, 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 um zu bekommen. Ja, ich meine, an der Zeit, ich habe mich als, wie, ich habe eine Chance zu machen, um ein guter Demo, um meine Gitarre zu machen. So, wenn jemand gehört, dann kann ich das, was meine Stile ist all über. Wenn du gesagt hast, über deine Drogen addiction, zwei Jahre später, du gesagt hast, über die Publik, mehr oder weniger. Nicht zu viele Musiker machen es. Genau. Du denkst das, was es worth es? Well, die Sache ist, wir hatten eine drei-jährige Hiatus zwischen So Far, So Good, So What und Rest in Peace. Und alle wussten, ganz gut und gut, was es von. Wir waren bladdo, man. Wir waren zu high. All die Partying turned into Excess, und es just ruined uns. Und es almost broke our band up, und es almost killed uns. Dave und ich. Und all of our following knew das. So, so rather than us come back three years later und sagen, hier we are, everything's great, everything's fine. You know, that was bullshit. So, what we did, we were totally upfront about it und totally honest about it. Und we never preached at all, like, you know, you shouldn't do this. We were just like, you know what? We did that. We went down that road and it sucked, man. It's a one-way, dead-end street, you know? So it's like, but the thing is, is like last year on tour, I mean, everybody was asking us about sobriety and skydiving, you know? And they were kind of overlooking a lot of the music. And they were, I think they were wondering if, if Nick and Marty were still going to be around for another record. And, and, you know, now it's like, we've like put a real band together. I mean, to me, that's like a personal triumph to just have a band. Yeah. Because it sucks to have to like stop and regroup and then try to like start up and get the momentum going again. We're pretty much here in South Central Los Angeles, aren't we? So, uh... Yeah, Lootingville. We think about all those riots and all that. Man, I think Ice-T said it the best. He just said, hey, I told you, you should have listened. You know, it's like this kind of, you can see, I mean, you can, but, you know, we can when we just drive around down here, we can just see the neighborhood. And it's just, it's kind of like everybody's all just like shuffled off into this part of the city. And everybody who I talked to overseas and like even out of the L.A. area thought it was just like total Hollywood movies what they were seeing on TV. Yeah. Because like they had these burning buildings and the cameras were just going crazy and people on the media were just building it up to make it something that it was even not what it really actually was. And they were just adding fuel to the fire. I mean, they were practically telling people where to go loot. They were like, well, here on Fairfax or wherever, there's like no cops here. So people are looting. So then half hour later, there'd be a hundred more people looting in the same place. And that's just because the media is like telling everybody basically where to go, where it's free to go. And like people are going, well, now's my chance that I can rip off some stuff, you know, and everybody else is doing it. So, you know, chances are at least half of the people around here are going to do that kind of thing if they are given the chance, you know. You know, not everybody is an upright, good citizen.